Also ich denke, dass es nicht darauf ankommt, wer diesen Krieg gewinnt, sondern man versucht einfach, diesen Krieg möglichst lange auszuweiten. Der Iran hat ja auch relativ lange gewartet, bis er jetzt eingegriffen hat. Ich denke, dass das im Moment das Prinzip ist, also Kriege möglichst lange auszudehnen, damit die Rüstungsindustrie möglichst viel Geld verdient. Genau, und genauso die Medien, die dann wiederum auch die Bevölkerung aufhetzen. Und wir sehen es ja zum Beispiel in Deutschland, wenn wir da rüber gehen. Ich meine, die Einmischung ist ja hoch 10 und da sehen wir ja auch anhand von regelmäßigen Demonstrationen, wie gespalten die Bevölkerung ist. Die sind da in ihrem Paralleluniversum unterwegs. Die werden auch noch, wenn draußen irgendwelche Flieger oder Drohnen sind, sind es ja mittlerweile, die über die Länder fliegen. Selbst da werden die sich nichts denken. Da werden die sagen, es ist auch so ganz normale Flugzeuge oder sowas. Dann ist denen dann egal. Die sitzen dann im Garten, die hauen sich dann Bratmaxe auf den Grill. So, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar werden wir uns jetzt mit Ernst Wolf auseinandersetzen. Der sagt, es wird zu einer großen Eskalation kommen. Worum es genau geht, das schauen wir uns jetzt an. Vielleicht möglicherweise um das Thema, was ich ja die ganze Zeit bespreche und wo ich mir ernsthafte Sorgen mache, dass das in ferner Zukunft irgendwann eintritt, dass wir in einen Krieg involviert werden. Mehr dazu aber jetzt im Video von Ernst Wolf. Was wir jetzt überall weltweit sehen werden, ist die nächste Welle der Austerität. Also da schreitet jetzt Argentinien voran. Also das lässt sich nicht mehr auf Dauer aufrechterhalten. Also wir stehen vor einem Wirtschafts- und Finanzkollaps, der immens ist. Und da versuchen diejenigen, die im Moment das Sagen haben, ihre Position zu verteidigen. Und das geht eben im Moment nur mit absolut skrupellosen Methoden. Hallo meine Lieben, heute haben wir Ernst Wolf bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auch mal wieder was ganz Neues, dass Ernst Wolf mal wieder zu Gast ist. Schade, ich müsste eigentlich auch mal mit Interviews anfangen, oder Leute? Sagen wir mal ehrlich, dass ich dann auch mal so die ganzen üblichen Leute mal so interviewe, wie Ernst Wolf, wie Kai, Ken Jebsen. Ich kann mir seinen Namen einfach nicht merken. Und dann die ganzen anderen da, Philipp Hopf, hier Dominik Kettner. Aber das Problem ist halt einfach, ich will nicht dann auch der Nächste sein, der irgendwelche Interviews führt. Und dann ist halt eh immer alles dasselbe. Das ist ja auch immer so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt derjenige noch sein soll, der Tausendste, der dann auch noch irgendwelche Leute interviewt. Ich weiß nicht. Ich würde es gerne tun. Ich hätte gerne so ein Talk-Format tatsächlich. Da denke ich schon sehr lange drüber nach, so eine richtig geile Talkshow aufzuziehen. Aber ja, das muss sich halt alles irgendwie finanzieren, das Ganze. Das machst du nicht mal eben so mit dem Fingerschnipsen, sondern ich träume dann ja direkt wieder von größeren Sphären. So ist es halt. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und zum Jahrestag des Hamas-Angriffs möchte ich auch mit diesem Thema beginnen. Der Konflikt ist ja in die nächste Stufe übergegangen, denn der Iran hat mit Angriffen begonnen. Und erst mal, um die Situation einschätzen zu können, wie stark ist denn das Militär vom Iran? Ist Iran nun ein großer Kandidat, der in diesen Konflikt eingegangen ist? Wie kann man diese Situation jetzt abschätzen? Ja, also ganz ungefährlich ist der Iran ganz sicher nicht. Aber ich glaube nicht, dass es auf die militärische Stärke des Irans darauf ankommt. Also wir sehen ja am Ukraine-Krieg, dass da ein riesiges Land, also mit einem riesigen Militär, einem relativ kleinen Gegner gegenübersteht. Und trotzdem läuft der Krieg jetzt seit fast zweieinhalb Jahren. Also ich denke, dass es nicht darauf ankommt, wer diesen Krieg gewinnt, sondern man versucht einfach, diesen Krieg möglichst lange auszuweiten. Der Iran hat ja auch relativ lange gewartet, bis er jetzt eingegriffen hat. Ich denke, dass das im Moment das Prinzip ist, also Kriege möglichst lange auszudehnen, damit die Rüstungsindustrie möglichst viel Geld verdient. Ja, nicht ganz falsch, was Ernst Wolf da sagt. Und vor allen Dingen auch auszuweiten. Ja, das denke ich ja. Das ist ja das genau, was ich glaube. Was übrigens auch unter anderem der Tilman Knechtel in seinen Videos immer wieder sagt. Das Dreh, weil da soll es ja beginnen. Also Leute, ich kann es nur nochmal sagen. Nimmt das ernst. Lieber mal ein bisschen zu ernst nehmen, dann später drüber lachen, wenn es nicht so weit gekommen ist. Als wenn man das alles, ach, das wird schon nichts werden und dann sitzt man später da. Ich sage es euch nochmal. Erinnert euch daran, was wir alle 2020 gesagt haben. Überlegt bitte, was mit den Menschen ist, die das nicht ernst genommen haben. Die uns ausgelacht haben. Überlegt mal bitte, wo die heute sind. Ja, ihr versteht, was ich meine. Ich sage jetzt nicht, dass die alle weg sind. Ihr versteht. Sondern, dass die sich ernsthafte Gedanken machen. Einige von denen sind schwer krank geworden. Andere sind leider ganz aus dem Leben geschieden. Aber macht euch bitte Gedanken darum, was diese Leute heute machen. Sie verschweigen es. Sie tun so, als ob es niemals passiert wäre. Sie haben auf ganzer Linie verloren, was dieses Narrativ anging. Und sie machen sich insgeheim massive Sorgen. Was ist eigentlich jetzt in der Zukunft meiner Gesundheit? So, deswegen sage ich, seid auf der Hut. Schaut euch alles genau an. Macht eure eigenen Recherchen. Guckt genau hin. Und versucht für euch wirklich, euch auf etwas vorzubereiten, dass ihr im Falle der Fälle nicht mitmacht bei diesem Ganzen. Das kann ja jeder für sich individuell entscheiden, was man da alles machen kann. Also, ich sage es euch. Macht das. Warum? Also, was ist überhaupt vorgefallen? Warum hat der Iran jetzt angegriffen? Weil zuvor, wie Sie gesagt haben, gab es ja viele Drohungen. Und man hatte Befürchtungen, dass der Iran jetzt mit angreift. Aber warum jetzt auf einmal? Der hat wahrscheinlich auf die Provokationen Israels da reagieren müssen. Weil erstens sind die Houthis im Jemen und die Hezbollah in Libanon Verbündete des Iran. Also, da kann man natürlich auch nicht ewig zusehen, wenn die dauernd angegriffen werden. Und dann hat das israelische Militär ja auch ranghohe Militärs des Irans in Beirut mit umgebracht. Also, irgendwann musste die Regierung des Iran da einfach reagieren und konnte nicht weiter zurückhalten. Aber das ist auch so mehr oder weniger, glaube ich, bisher nur ein symbolischer Angriff gewesen. Nur um die eigene Bevölkerung da ein bisschen zufriedenzustellen. Weil man muss bedenken, dass Israel im Iran sehr verhasst ist bei der Bevölkerung. Und warum wurde seitens Israel ein russischer Stützpunkt angegriffen? Wie steht es um das Verhältnis zwischen Russland und Israel? Das Verhältnis ist bestimmt nicht das Beste. Ich meine, Israel versucht ja alles, um diesen Krieg auszuweiten. Also, die tun ja alles, um jeden, der um sie herum lebt, da zu provozieren. Also, die haben den Libanon angegriffen, die haben den Jemen angegriffen. Und die haben auch Ziele in Syrien angegriffen. Und dass sie da nun jetzt eine Basis der Russen angreifen, ist natürlich eine weitere Eskalation. Aber es wird ja alles daran, es wird ja unglaublich daran gearbeitet, also diesen Krieg über den Nahen Osten hinaus nach auszuweiten. Also, man muss schon sagen, Israel versucht da alles, den Dritten Weltkrieg in Gang zu bringen. Oh, Leute, was hat denn da gerade der Ernst Wolf gesagt, liebe Freunde? Ui, Menschenskingers, was für eine Schwurbelrei. Also, hier schon wieder der Nächste, der sowas sagt, ne? In Israel wird es beginnen. Oder in der Nähe Israels, ehrlich gesagt. Dann haben wir die. Dann haben wir all die Sachen, die ich aufgezählt habe. All die Länder. Israel, Iran, Russland, verbündet mit dem Iran. Und jetzt kommt der große Player, die Vereinigten Staaten, verbündet mit Israel. Und wer ist der kleine Bruder, der immer all das machen will, was die USA will? Ist, richtig, Deutschland. Und Deutschland muss dem Ganzen auch dann folgen. So, und Nordkorea mischt sich bestimmt auch irgendwo noch ein, wenn die Russen das wollen. Die Russen haben sich ja erst letztlich dann mit Nordkorea verbündet. Das heißt, überlegt mal, wen wir hier jetzt alles haben. Wir haben Israel, Iran, Russland, die Amerikaner und wir. Und Nordkorea eventuell kommt halt immer darauf an, wer da noch so ein bisschen mitspielen will. Tja, das ist aber alles wieder mal absolutes, haltloses Geschwurbel, wo man sich am liebsten keine Gedanken drüber machen sollte, weil das einfach nur Zeitverschwendung ist. Und warum gibt es überhaupt permanente Konflikte im Nahen Osten? Ja, da muss man einfach auf zwei Dinge gucken. Also erstmal ist der Nahen Osten natürlich so die Erdölkammer der Erde. Also hat deswegen schon ganz große Bedeutung. Dann hat er natürlich große geostrategische Bedeutung. Aber da muss man sagen, also dieser Konflikt, bei dem Israel in der Mitte steht, hat natürlich auch mit der Gründung des Staates Israel zu tun. Der ist ja 1948 gegründet worden und zwar nicht auf friedliche Art und Weise, sondern die Voraussetzung für die Gründung Israels war die Vertreibung von ungefähr 700.000 Palästinensern. Also die damals aus ihren Häusern gejagt wurden. Und das ist natürlich ein ungünstiges Omen für einen Staat, wenn er also auf der Vertreibung von über einer halben Million anderen Menschen, anderer Ethnie da gegründet wird. Warum hat man das nicht in den USA gemacht oder Kanada? Ja, das zeigt die ganze Verlogenheit. Also damals, die USA waren ja großer Förderer der Gründung des Staates Israel. Die haben damals gesagt, die Israelis oder sagen wir die Juden haben ja dieses schreckliche Schicksal unter dem Nationalsozialismus erlitten. Und die brauchen jetzt wirklich ihre eigene Heimstätte. Also es wäre für die Amerikaner ein leichtes gewesen, denen einen ihrer Staaten dazu übergeben, zu sagen, ihr könnt euch alle in Alaska ansiedeln oder in Wyoming oder so. Das sind Staaten, die nicht besonders bewohnt sind, also wo sehr wenige Leute nur wohnen. Also da hätten die Amerikaner auch anders reagieren können. Aber die Amerikaner hatten natürlich ein Interesse gerade an den riesigen Ölvorkommen da und die brauchten einen Verbündeten da. Und der beste Verbündete der USA ist bis heute im Nahen Osten, das ist Israel. Eieieiei, was sagt denn Ernst Wolf da für unangenehme Wahrheiten? Meine Güte. Also da müssen wir aber nochmal genauer hinschauen. Da müssen wir mal das Wahrheitsministerium kontaktieren, ob das denn auch so weitergeht, was der Ernst Wolf da sagt. Ja eben, das sollte man sich mal fragen. Man hätte dafür ja keine Menschen vertreiben brauchen. Man hätte ja auch einfach irgendwo einer der Bundesstaaten nehmen können. Wäre ja nicht schlimm gewesen in Amerika. Man hätte dort die ganzen Menschen ja unterbringen können. Und dann kann man alles darauf schieben, so oh, es geht um Israel, da müssen wir natürlich gleich wieder hin. Ja, und man muss ja auch sagen, es gibt ja sehr viele Zweifel auch an dem, was jetzt gerade vor einem Jahr passiert ist. Also man darf ja nicht vergessen, also die Israelis haben gesagt, dass sie am 7. Oktober von diesem Angriff, der aus dem Gazastreifen total von der Hamas da völlig überrascht worden wären. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Wahrheit entspricht. Also wenn man jetzt auch sieht, wie Israel diesen Krieg führt, mit welcher unglaublichen Präzision, die da ihre Gegner da kaltstellen. Also da kann ich einfach nicht glauben, dass die damals überrascht wurden von diesem Vorfall. Außerdem muss man wissen, dass der Gazastreifen zu 100 Prozent von Israel elektronisch überwacht wird. Also da kann eigentlich gar nichts Großes geplant werden. Die Grenze ist die am stärksten gesicherte Grenze der Welt. Und da sollen dann Traktoren und einfache Leute da über die Grenze darüber gekommen sein. Also ich kann das alles nicht so richtig glauben. Wir müssen hier auch klarstellen, dass wir jetzt von der israelischen Regierung und von denjenigen, die hier Einfluss haben, sprechen und nicht von der israelischen Bevölkerung. Denn die Bevölkerung unterstützt diesen Konflikt nicht. Also so wie die israelische Regierung vorgeht. Ich muss sagen, also wer einem dann gleich Antisemitismus vorwirft, wenn man die israelische Regierung kritisiert, der greift dazu wirklich unlauteren Mitteln. Weil ein großer Teil der israelischen Bevölkerung ist gegen das Regime Netanyahu. Und da kann ich nur sagen, also an deren Seite stehe ich dann auch. Also ich finde, dass man da wirklich unbedingt unterscheiden muss. Und das ist natürlich auch sehr hässlich, wie heute da mit dem Begriff Antisemitismus um sich geworfen wird. Ja, ist tatsächlich das, was ich jetzt gleich noch aufgemacht hätte, das Thema. Das es natürlich bestimmt den einen oder anderen da draußen geben wird, dem Ernst Wolf dann unterstellen würde, dass er antisemitische Aussagen tätigen würde. Ja, das ist ja eben das, was viele Leute da draußen nicht sehen wollen, dass es sehr viele Menschen in Israel gibt, die nicht mit der israelischen Regierung zufrieden sind. Und die das auch ablehnen, was die israelische Regierung dort macht. Aber immer, wenn man das versucht ins Spiel zu bringen, heißt es ja, dass man ja seinen Antisemitismus verschleiern würde oder wollen würde. Und man so denkt, okay, naja, hat zwar jetzt nichts mit der Debatte zu tun. Aber man sagt ja, natürlich kannst du nicht hingehen und alle in einen Sack stecken. Natürlich kannst du nicht sagen, ja, alle Leute, die in Israel leben, sind so. Natürlich hat das nichts damit zu tun. Es gibt viele, die leben da, die sagen ganz klar, nee, das lehnen wir ja alles ab. Ja, das, was die Regierung dort tut. Genauso wie in Deutschland ja auch. Ich meine, wir sind ja das perfekte Beispiel dafür. Wir lehnen auch das ab, was die Bundesregierung hier unter anderem alles macht. Ja, hier irgendwelche Waffenlieferungen ständig tätig, irgendwelche schweren militärischen Gerätschaften immer in die Ukraine da gibt, um den Krieg weiter anzuheizen. Ja, das sagen wir auch, dass das nicht gut ist. Und wir distanzieren uns auch davon. Wir sagen auch, wir wollen das auch gar nicht. Natürlich gibt es immer zwei Seiten wie in allen Sachen. Natürlich, klar. Das hat ja da nichts mit zu tun. Ja, genau das Gleiche sehen wir ja auch im Ukraine-Konflikt. Also ich persönlich sehe das, wenn man nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt Zelensky kritisiere, dann heißt das gleich, ich bin gegen die Ukraine zum Beispiel. Obwohl das überhaupt gar keinen Sinn hat. Weil normalerweise kennt man das ja auch, dass eigentlich Menschen nicht immer zu 100 Prozent hinter einer Regierung stehen. Aber bei solchen Sachen sagt man dann gleich, oh Moment mal, du bist so und so oder du bist pro-russisch oder sonst irgendwas. Ja, ja, genau. Das ist ein ganz raffinierter ideologischer Trick. Und zwar, das sehen wir auch im Zusammenhang mit den BRICS-Staaten. Also die BRICS-Staaten sind ja im Großen und Ganzen etwas die ärmeren Staaten der Erde, wenn wir jetzt mal China dabei ausnehmen. Und da wird dann immer so getan, also diesen ärmeren Staaten muss man ja auch beiseite treten. Aber leider werden diese ganzen Staaten von sehr, sehr korrupten Regierungen geleitet. Und diese korrupten Regierungen entscheiden und nicht die Bevölkerung dieser Staaten. Ich bin ganz sicher, dass im Nahen Osten, wenn man eine Volksbefragung durchführen würde, mehr als 99 Prozent der Leute sagen wollen, sie wollen einen Waffenstillstand, damit sie endlich in Ruhe leben können. Aber das wird einfach verhindert von den Regierungen, die da mit absoluter Skrupellosigkeit und Gewissenlosigkeit vorgehen. Absolut richtig und dafür gibt es Applaus. Genau so. Ja, richtig. Genau so sieht es nämlich auch aus. Und das ist das, was die Menschen da draußen nicht begreifen. Dass eigentlich die Regierungen einfach das weiter durchziehen, was in deren Agenda steht oder wie deren Agenda ist und dass im Endeffekt es egal ist, was das Volk will. Ich glaube, es zweifelt auch keiner mehr daran, dass die Elite nicht im Hintergrund die Fäden zieht, dass genau es auf darauf hinauslaufen soll, was gerade passiert. Und was die Menschen da draußen wollen in den einzelnen Ländern, ist denen egal, die drücken ihre politischen Ziele durch. Ja, absolut. Krieg ist Geld und Geld ist Frieden in deren Augen. Ja, so verkaufen die das. In erster Linie wird mit Kriegen sehr viel Geld verdient. So, darum geht es im Endeffekt. Weil Geld sichert denen Macht am Ende. Und Macht können die ja nie genügend haben. So ist das halt. Genau. Und genauso die Medien, die dann wiederum auch die Bevölkerung aufhetzen. Und wir sehen es ja zum Beispiel in Deutschland, wenn wir da rüber gehen. Ich meine, die Einmischung ist ja hoch 10. Und da sehen wir ja auch anhand von regelmäßigen Demonstrationen, wie gespalten die Bevölkerung ist. Warum gibt es denn da pro-israelisch und pro-Palästinenser Bewegungen? Genau, um das zu befördern, um diese Spaltung in der Bevölkerung weiter zu treiben. Und man muss sagen, also pro-israelische Demonstrationen gibt es ja also Leute, die dann sagen, also ich stehe voll auf der Seite Israels. Das Schlimme ist, dass die anderen Demonstrationen alle immer als pro-palästinensisch sofort gelten, obwohl viele dieser Demonstrationen einfache Friedensdemonstrationen sind. Also wenn heute jemand auf die Straße geht und sagt, ich möchte einen Waffenstillstand im Nahen Osten, ich möchte einen Waffenstillstand in Gaza, dann wird das sofort als pro-palästinensisch etikettiert und damit in eine bestimmte Ecke gestellt. Und das ist einfach der Trend in unserer Zeit, dass man die Leute in zwei Lagerspalten und die Leute gegeneinander vorgehen lässt. Ja, das ist so. Das übliche Vorgehen haben wir ja auch während 2020 gesehen oder in der Vergangenheit ganz, ganz oft. Wie könnte dieser Konflikt jetzt weitergehen? Welche Parteien könnten sich hier noch beteiligen? Wir haben ja gesehen, dass selbst der Konflikt zwischen Russland und Ukraine dann plötzlich auch ein Konflikt von Israel sein könnte, wenn jetzt Russland sagt, ah, da müssen wir jetzt hier auch noch ein bisschen mitspielen. Also welche Parteien könnten sich hier noch beteiligen? Wie könnte der Konflikt weitergehen? Ja, ich glaube, das ist also die Aussichten sind da nicht besonders gut im Moment. Also da könnte natürlich der Iran, also das könnte da zu einem vollständigen Krieg kommen. Natürlich wäre dann auch China wahrscheinlich im Hintergrund mit dabei. Dann wäre Russland natürlich mit dabei. Also das sieht alles danach aus, als wenn man da versucht, den Dritten Weltkrieg zu entzünden. Und ich muss sagen, also die Aussichten waren noch nie so düster wie jetzt im Moment. Ah, da sieht man einer an. Ja, also, dass die Aussichten noch nie so düster waren wie in diesem Moment. Hm, komisch. Ja, jetzt werden natürlich viele wieder sagen, ach, hier irgendwelche apokalyptischen Propheten, die wieder einmal vom großen Untergang reden. Diese Kritik kann man natürlich gerne da lassen, ist alles gut. Aber im Endeffekt ist es so, wenn man sich mal so diese ganze Szenerie da draußen anschaut, da muss doch auch der, naja, letzte Systemling irgendwo sehen, dass da irgendwas gezündelt wird. Und das ist ja das, was ich schon seit Monaten sage. Ich sage, ich persönlich empfinde das so, dass da irgendwas vorbereitet wird. So in den nächsten Jahren irgendwann. Ob es nächstes Jahr schon der Fall ist, keine Ahnung, mag sein. Ob es darauf das Jahr kommt, ob es darauf das Jahr kommt, keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird kommen. Alleine schon aus strategischer Sicht, um quasi diese ganzen Bratwurst-Opfer damit zu relativieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das irgendwann so eintreffen wird. Weil anders kannst du es ja nicht verschleiern. Ich rede ja immer wieder darüber, wie willst du es denn sonst anders verschleiern? Es geht ja nur so, Leute. Ja, hier schreibt ja jemand, wenn man eins und eins zusammenzählt, ist da was im Busch. Ja, natürlich ist da was im Busch. Da wird auch höchstwahrscheinlich etwas kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es wird ja überhaupt nichts mehr dafür getan, um irgendwie zu deeskalieren. Es wird an allen Ecken und Enden nur Öl ins Feuer gegossen. Also das ist eine wirklich ganz, ganz gefährliche Situation. Und der Hintergrund ist natürlich auch gefährlich, weil wir erleben ja im Moment, dass das Weltfinanzsystem am Ende ist, dass ein neues Geldsystem eingeführt werden soll. Und dieses Geldsystem soll weltweit eingeführt werden. Das ist also inzwischen ganz eindeutig. Also der IWF und die Weltbank und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die arbeiten da an Plattformen, damit man dieses neue Geld dann weltweit handeln kann, dieses digitale Zentralbankgeld. Und man weiß seit dem Großversuch in Nigeria, dass das nicht so einfach sein wird, den Leuten dieses Geld aufzuzwingen. Und deswegen ist es natürlich besonders günstig für diejenigen, die das machen wollen, wenn die Leute sich also untereinander streiten, also gegeneinander aufgehetzt werden. Und vor allem auch, wenn die Leute alle sich im Zustand großer Angst befinden. Und das ist natürlich im Moment der Fall, gerade durch diese schrecklichen kriegerischen Entwicklungen. Es wird ja auch fast weltweit aufgerüstet. Also wir sehen schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und die Zuschauer fragen ja auch immer wieder, es tauchen ja immer wieder Geheimpapiere auf mit bestimmten Namen. Gibt es diesen einen Plan? Hat er vielleicht auch sogar einen Namen und der ganz bewusst umgesetzt wird? Nein, nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es diesen einen Plan gibt. Ich glaube, der Plan lässt sich ganz einfach so formulieren. Diejenigen, die an den Hebeln der Macht sitzen, möchten unbedingt an diesen Hebeln bleiben. Aber denen entgleitet die Macht im Moment, weil das Weltfinanzsystem eben am Ende ist, weil die Weltwirtschaft im Moment in eine Rezession reinschlittert und auch auf Dauer nicht mehr zu retten ist. Deswegen, weil das Finanzsystem so stark geworden ist und die produzierende Wirtschaft fast keine Rolle mehr spielt. Wir aber mit diesem riesen Schuldenberg leben müssen, also alleine die USA mit ihren 35 Billionen und der einen Billion, die sie im Jahr jetzt an Zinsen zahlen müssen. Also das lässt sich nicht mehr auf Dauer aufrechterhalten. Also wir stehen vor einem Wirtschafts- und Finanzkollaps, der immens ist. Und da versuchen diejenigen, die im Moment das Sagen haben, ihre Position zu verteidigen. Und das geht eben im Moment nur mit absolut skrupellosen Methoden. Wir wissen ja auch, dass die Diktatur im Bereich der sozialen Medien unglaublich zugenommen hat. Also da sind unglaublich viele Beiträge, kritische Beiträge gelöscht worden. Und da werden natürlich auch bestimmte Beiträge, so zum Beispiel diese pro-israelischen Beiträge, unglaublich gehypt. Also da wird also im Hintergrund alles gemacht, um die Leute zu manipulieren und in die Richtung zu bringen, in die die Richtung, in die die Mächtigen diese Leute haben wollen. Ja gut, es wird ja so oder so schon eigentlich immer schon gemacht, muss man ja ehrlich gesagt sagen. Auch in den letzten viereinhalb Jahren wurde ja viel zensiert und es hat ja trotzdem nichts genutzt, das muss man ja fairerweise dazu sagen. Ich meine ja, es wurden einige Leute da in die Bratwurst beordert, erzwungen, wie auch immer. Aber im Grunde genommen gab es doch Millionen von Menschen, die das nicht mitgemacht haben und auch diese ganze Sache durchschaut haben, trotz dieser ganzen Zensurmaßnahmen. Ich meine alleine, was wir alles ans Tageslicht befördert haben, also unsere ganze Bewegung, so nenne ich das jetzt mal, ich meine, das ist ja schon der absolute Wahnsinn gewesen. Und trotz, dass es diese ganzen Zensurmaßnahmen gab, ist man trotzdem irgendwo da durchgekommen. Das muss man ja schon so sagen, dass es nicht immer alles komplett wegzensiert wurde. Trotz der ganzen Bemühungen kam die Wahrheit doch immer irgendwo durch. Klar, man konnte dadurch jetzt nicht alle Leute retten, das ist richtig, das wird auch hier jetzt der Fall sein. Es gibt nun mal halt Menschen, die sind da in ihrem Paralleluniversum unterwegs. Die werden auch noch, wenn draußen irgendwelche Flieger oder Drohnen sind es ja mittlerweile, die über die Länder fliegen, selbst da werden die sich nichts denken. Aber die sagst du, ganz normale Flugzeuge oder sowas, dann ist denen dann egal. Die sitzen dann im Garten, die hauen sich dann Bratmaxe auf den Grill, ja. Oder wie das heißt mit Bratmaxe. Ja, ist das nicht so die Firma oder so. Irgendeine Bratwurst hauen die sich auf den Grill, schön hat Kotelett dabei, Bauchfleisch und Steak. Da sitzen die dann im Garten und schauen sich dann doch noch irgendwas in der Flimmerkiste an, um sich irgendwie abzulenken und merken dann die Entwicklungen, die um sie gestartet werden, gar nicht. Ich meine, es gibt doch heute noch Menschen, es tut mir leid, aber es ist ja nun mal so. Es gibt immer diese Menschen, es wird auch höchstwahrscheinlich immer diese Menschen geben. Zukünftig ist zwar die Frage, ob allzu viel davon übrig bleibt, ist halt die andere Frage. Aber es gibt doch immer diese Menschen, guck mal, die gucken in den Himmel und leugnen das Offensichtliche. Ja, wenn man da wirklich diese ganze chemische Pampe sieht, die da im Himmel klebt, ja. Selbst das leugnen die, selbst da sagen die, dass das, was da oben so ist, dass das normal wäre, dass das natürlich ist. Ich meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, wovon reden wir denn hier überhaupt noch? Das sind Menschen, die nichts in ihrem Leben mitbekommen. Das sind absolute Schlafschafe, Zombies sind das, die einfach nur dahin vegetieren und denen nichts im Leben interessiert. Die stellen sich auch keine horizonterweiternden Fragen. Da ist nichts mehr, nichts. Da oben ist das Lämmchen schon lange aus. Und die kannst du auch nicht mehr retten. Traurig, aber wahr. Wie kann man sich das vorstellen? Was folgt jetzt als nächstes? Krieg, deine Eskalation des Kriegs, noch mehr Unruhen? Wie kann man sich das vorstellen? Ich fürchte, dass es so kommen wird. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel in den USA sehen, in den USA steht ja ein Regierungswechsel bevor, aber was den Krieg im Nahen Osten angeht, da sind sie alle der gleichen Meinung. Also das ist völlig egal, ob ich jetzt mir Herrn Biden ansehe oder Kamala Harris, die ja die nächste Präsidentin werden soll. Oder ob ich mir da Donald Trump ansehe und seinen neuen besten Freund Elon Musk. Die sind alle ganz stramm auf der Seite der israelischen Regierung und wollen diesen Konflikt offensichtlich auch weiter treiben. Also da sehe ich überhaupt keinen Funken, Schimmer, Hoffnung da am Ende des Tunnels. Man sieht ja auch grundsätzlich keine Besserung. Man sieht eher eine Bereicherung, könnte man sagen. Denn es taucht ja ein Haushaltsloch beispielsweise in Deutschland nach dem anderen auf. Und dann sieht man eher sowas wie eine Grundsteuerreform oder Gespräche über irgendwelche Abgaben und wir sehen eine Verteuerung. Also werden da die Menschen einfach bis zum Schluss dann noch ausgepresst? Ja, genau. Das sehen wir ja im Moment, diese ganz große Umverteilung. Und was wir jetzt überall weltweit sehen werden, ist die nächste Welle der Austerität. Also da schreitet jetzt Argentinien voran. Also Herr Milley ist ja dabei, also das Land da für ausländische Investoren besonders interessant zu machen. Und der Leidtragende, das ist die argentinische Bevölkerung. Also die argentinische Bevölkerung, der Lebensstandard der argentinischen Bevölkerung ist unter Herrn Milley ganz drastisch gesenkt worden. Also all diese Märchen da von wegen, also den Rentnern geht es jetzt besser, das sind nichts anderes als Märchen. Also der setzt so ein Programm durch, wie es die EU da innerhalb der Euro-Krise in Griechenland durchgesetzt hat. Ach, sieh mal an der Milley, der doch da noch von der Aufklärerbewegung so Applaus bekommen hat. Ah, der ist so super, der ist so toll, der langiert doch hier so rum. Die WEF-Marionette, die da schön in Argentinien installiert wurden, wo die ganzen Aufklärer schon so, ach, das ist ja so super. Ja, 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 ach man, was liebe ich das. Das auch in diesen Kreisen, wo man immer denkt, da sind doch eigentlich eher so die erwachten Leute, dass die auch immer wieder zurück in die Realität geklatscht werden. Das finde ich immer sehr schön, das Ganze. Ja, diese ganzen Bekloppten da, die da immer an irgendwelche Whiteheads glauben, an Donald Trump, wird den Sumpf trockenlegen und so weiter. Boah, diese ganzen Märchen, das ist so genial irgendwie. Es ist so genial, aber ja, komm. Bevor wir dieses Thema jetzt wieder aufmachen, ich habe gar keinen Bock mehr, darüber zu sprechen. Also das ist sowas von Schnee von gestern. Wer sich da weiter aufs Glatteis führen lassen will, der soll das machen. Ja, der soll sich dann in ungefähr einem Monat, ist es soweit, ein bisschen mehr als ein Monat, ein Monat und zwei Wochen, da soll er sich dann wieder die wunderbare Live-Übertragung von einigen sogenannten Aufklärern anschauen, wie sie dann da im Support-Trump-Shirt sitzen und dann den Wahlen, ja, lauschen werden. Es wird eh Donald Trump gewinnen, weil das laut dem Drehbuch zuvor gesehen ist. Da braucht man sich eigentlich gar nicht angucken. Donald Trump gewinnt, Punkt. Das ist das, was die Welt im Moment erwartet. Also diejenigen, die die Macht in den Händen haben, die werden nichts von ihrem Reichtum da abgeben. Im Gegenteil, die werden dafür sorgen, dass die ganzen Schulden jetzt, wenn sie denn überhaupt abgetragen werden, von den arbeitenden Menschen bezahlt werden. Bei Milley würde ihn jetzt zum Beispiel Markus Krall widersprechen und sagen, Moment mal, da die Renten, die Inflationsrate, das alles bessert sich doch. Und was würden Sie entgegenstehen? Was hat er wirklich umgesetzt? Auf wessen Kosten das alles passiert? Wer das alles bezahlt? Also man muss sehen, dass Argentinien da vom IWF abhängig ist und der IWF verhängt sogenannte Strukturanpassungsprogramme. Und zu diesen Strukturanpassungsprogrammen gehören zum Beispiel Reduktionen bei den Sozialausgaben. Und das ist natürlich das alles Entscheidende. Und wenn er die Inflation jetzt teilweise in den Griff bekommen hat, also dann muss man sagen, dafür hat er aber auch einen großen Teil der Goldvorräte ins Ausland bringen lassen, auch nicht ganz umsonst. Und man muss einfach gucken, was ist denn die Kaufkraft? Also man muss auch nicht sehen, wie hoch ist die Rente der Leute, sondern wie hoch ist die Kaufkraft dieser Leute. Und wenn man das genauer anguckt, dann wird man sehen, wer da tatsächlich für diese ganzen Veränderungen in Argentinien bezahlt. Aber wir könnten mal ein extra Interview über Argentinien machen und uns die ganzen Sachen mal ganz en detail angucken. Das machen wir auf jeden Fall. Und bei Argentinien, da schließt sich der Kreis beispielsweise wie Ukraine, ist ja auch einer der, ich glaube der dritthöchste Schuldner, was beim IWF hier ansieht. Und da kommen auch diese Strukturanpassungsprogramme. Und da sieht man eben auch, wie das abläuft, dass man eben sagt, okay, privatisieren, privatisieren, verkaufen, abgeben ans Ausland. Und nur so geht das dann, natürlich plus trotzdem Zinsen und alles Mögliche, was man dann noch auf ewig eigentlich entschuldener wird. Und dadurch kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Land dann wirklich dann souverän wird und dass die Freiheit ihn beschert. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Privatisierung ganz oft so ganz kurzfristig einige Vorteile bringt, aber dann langfristig also wirklich in eine Sackgasse führt. Also da muss man schon etwas über die ersten drei, vier, fünf Monate hinausdenken. Aber diese Strukturanpassungsprogramme, das kann sich jeder auch sehen. Da gibt es ja auch immer diesen Letter of Intent. Ich habe den jetzt noch mir noch nicht angesehen von Argentinien, den letzten. Aber da muss die Regierung eines Landes, das beim IWF Schulden macht, muss da genau detailliert aufführen, welche Maßnahmen es denn durchsetzen wird. Und diesen Brief werde ich mir jetzt gerne gleich als nächstes mal ansehen, was Argentinien unter Milay da dem IWF versprochen hat. Und das machen wir dann zum Thema unseres nächsten Gesprächs. Genau so, um mal ein kurzes Update zu halten. So, mal ein etwas kürzeres Video, ja mal eben so, um sich eventuell auf gewisse Dinge in der Zukunft vorzubereiten. Ich kann es nur immer wieder sagen, ihr da draußen, ihr seid es, die euer eigenes Leben führen. Man kann den Leuten nur so einen kleinen Schubser verpassen, wie man immer so schön sagt. Man kann die Tür aufmachen. Durchgehen muss jeder Einzelne da draußen alleine. So, das nochmal zu diesem Thema. Jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt, haltet ihr das alles für viel zu heiß gekocht, als es eigentlich ist? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentarfunktion, weil ihr der Meinung seid, ach, da passiert schon nichts. Das wird alles einfach nur wieder bla bla sein und am Ende des Tages passiert nichts. Ich hoffe ja, dass nichts passiert. Nicht, dass ihr denkt, ich geile mich an irgendwas auf und sage, oh geil, hoffentlich wird so etwas passieren. Leute, ich bin selber am Arsch, wenn sowas passiert, ja, ich will nicht, dass so etwas passiert. Alleine schon, was mache ich denn hier mit der Live-Show? Was mache ich denn mit meinem ganzen Internet-Auftritt? Wer wird mich denn dann noch konsumieren? Ja, gar keiner. Ja, also ich will ganz sicherlich nicht, dass das eintrifft. Ja, also von daher, naja, das zu dem Thema. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.